Los! Hallo, hier du! Schön, dass ihr wieder da seid. Eine feine freute Harry Potter der Hogwarts Express. Ja, wir machen weiter und bauen jetzt den Waggon. Weiter. Ja, so sieht es aus. Das Auto haben wir schon letztes Mal gemacht. Genau, das Auto, wir haben ein kleines Teil schon letztes Mal gemacht. Und was haben wir in der Zwischenzeit auch gemacht? Wir haben welchen Film geguckt? Harry Potter und der Stein der Waisen und die Kammer des Schreckens. Ja, die haben wir beide zusammen geguckt. Der kleine Spatz hier. Ich habe die Teil 2 durchgeguckt. Ja, Teil 2 hast du heute dann noch durchgeguckt, zu Ende geguckt. So, wir brauchen die Bauanleitung, mein Hase. Wo sind wir? Das machen wir mal an der Seite, weil das brauchen wir nicht. Das ist nicht. Das ist I. Genau, wir fangen hier mit an. Sind wir denn jetzt auch wirklich da? Lass uns mal schnell gucken hier. Ne, da müssen wir hin. Guck mal. So, hier. Das haben wir fertig. Da unten müssen wir weitermachen. Du, du sagst jetzt mal die Nummern an und dann gucken wir mal durch. Ich hab dann, ich hab dann, ich hab dann zu sagen. Und du hab dann dazwischen durchgeguckt. Ja, Entschuldigung. Ich hab dazwischen gequasselt wieder, ja. 4, 70, 3, 70. Moment, 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 nicht so schnell. Also, was hast du? 4, 70, aber 3 mal. 3 mal die 74. Einmal? Dann, ja. 2 mal. Einmal, bitte. 2 mal. 1, 2 und 3. 3 mal. Hab ich. Und jetzt, sie, ich... Ja, du sagst. Ja, sag an. Ich suche eine Zahl aus. Mhm. Zahl 70. 72. 72. Jawohl, hab ich. Und das ist da, siebzig. Moment. Ja. Einmal. 72. Ja, aufpassen. Und? Und die siebzig. Und die siebzig. Die siebzig? Ja. Einmal. 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 Ja, hier haben wir auch noch einmal. So. Okay. Haben wir. Heute baust du. Ich baue heute wieder. Ja. Haben wir ja beim letzten Mal gemacht schon, ne? Mhm. Okay, das brauchen wir auch erstmal nicht. Das kommt auch weg. Wir brauchen ja heute nur den Zug. So. Ähm. Ja, das ist irgendwie ein bisschen so. Ich mach die Kamera mal dahin. So. Bumm. Ihr seht ja, wir haben da noch eine Kamera. Wir haben da eine Kamera. Die hier unten hin zeigt. Von der Seite einmal eine. Und. Und. Die stellen wir mal auf Weitwinkel. Dann kommen wir nämlich ein bisschen näher. Und. Und. wir haben. Genau. Unserer Facecam. So sieht's aus. So. Du hast hier schon was gemacht. Ja. Aber ich hätte gerne die 74. Da einmal. Ja. Jetzt muss man mal 73, 74. So. Den so. Den so. Den. So. Und das. Und den auch knicken. So. Und das der hier. Jetzt muss ich mal gucken. Wie das hier sind so knuckelt. Genau. Ähm. 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 Ist das so? Mal gucken. Nein. So. Nein. So. Nein. So. Nein. So. Das ist die 73. Ähm. Du musst noch ein bisschen gucken. Ja. Aber ich gehe ja hier in der Bauanleitung vor. Ich fange vor. Ich fange da hinten an. Ich fange da hinten an. Und arbeite mich dann vor. Und dann hier. Und dann hier. Oder. Ist das nicht richtig? Ich hab da noch auch noch. Ne. Hast du nicht? Ich auch nicht. Ähm. Ich will noch mal bauen. Ich krieg das so mal. Ja. Jetzt brauchen wir hier. Was ist das denn? Die 72. Ja. Ich... Und ich geh da. Und ich geh da. Wie rum müssen die? Warte mal. So. So rum muss die. So. Und dann. Muss da. Ich hab das denn da. Ja. Ich hab das denn. Das hin. Ja. Ne. Ich hab noch. Ich muss erst den einen machen. Ich hab hier noch einen. Ich hab hier noch einen. Ich hab hier noch. Oh nein, rein! Oh! Hast du noch einen? Ah ok, der kommt dann da jetzt hin. Ich hab den aber gut gedicht. Sehr gut. Das reinstecken ist schwierig, ne? Mhm. Gut, was haben wir denn dann für Nummer? Ähm, jetzt sind wir hier. Ok. Also einmal die vier. Aber irgendwie ist das ein bisschen komisch hier. Wo kommt denn dann das andere hin hier? Oder kommt das da mit dran gleich? Einmal. Ok, ja dann machen wir weiter. So, dann sag mal an. Fangen wir mit dem großen an hier. Ja, die ist 37. Was ist das für eine Nummer? Vierundreißig. Vierundreißig. Ist das denn? Ist das das große, ne? Ja. Boah. Und das Lade. Auf dem Feld. Bei Harry Potter. Manometer. Manometer alter Peter. Ja. Heißt das so schön. Ja. So. Und dann haben wir die 71. 71. Okay, das ist ja hier unten. Das müssten ja jetzt hier diese ganzen Wände sein, richtig? Ja. Und dann brauchen wir die 69. Aber in zwei Mal. Ja, die habe ich auch hier. Und dann brauchen wir die 68. Hast du auch, ne? 68. 69. Zweimal. So, dann machen wir erstmal das, weil da kommt ja jetzt auch einiges an Müll wieder zusammen. Das ist ja fertig. So. Der ist Müll. Müll. Das tun wir erstmal da hin. Ah! Du. Du. So. Ähm. Bum. 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 Nee, noch nicht. Wir machen jetzt erstmal hier das fertig, weil das dauert nämlich jetzt hier auch noch. Dann geht da richtig weit. Dann haben wir ihn ja auch fast fertig, ne? Äh. Achtest du auch auf die Zeit? Ja. Super. Da muss auf dieser Seite 20 stehen. Genau. Da ist alle 8. Aber dann ist 10 plus 10 ist 20. 20 plus 20 ist 40. 40 plus 20 ist 80. 80. Du kannst ja schon richtig gut rechnen, ne? Ja. Ich bin 18. Ich bin noch ganz hoch. Ich bin noch ganz hoch. Ich glaube genau. Mhm. 80 plus 80 ist. 80 plus 80 ist. Jetzt haben wir die raus. Jetzt machen wir hier. Ja. 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 Ja, ja 1600, dann wären 800 plus 800 wäre dann die Aufgabe. Ja, meinte ich auch. Nee, du hast aber 80 plus 80 gesagt. Und dann sind das 160. Aber so weit bist du ja noch gar nicht in der Schule, ne? 9 plus 9, 10 plus 9, 10 plus 10. 10, nee 20. Wie viel ist das? Was denn? 9 plus 20 sind. 29 würde ich sagen, oder? 29 richtig ist es. Boah, wieso wird die nächste Stelle jetzt haben? Nee, guck mal, ich bin ja hier noch gar nicht fertig. Da sind ja ganz schön Kleinigkeiten hier drin. Ich laufe das ein. Boah, dann unterhalte die Leute doch mal. Erzähl doch mal, was hast du denn heute so gemacht? Außer geschlafen, du Schlafnütze. Was machen wir denn nächste Woche? Tüffi wieder, wenn ich botze drei, drei. Ja? Ja. Sollen wir es am Wochenende gucken? Ja. Wenn ich viele Wochenende habe. Ja, dann machen wir das. Sie können uns jetzt halt vier. Oder drei, fünf. Man muss ja jetzt dazu sagen, ne? Das gucken wir beide auch nur alleine, weil die Mama das nicht, für die Mama ist das nichts, ne? Da ist das einfach rot. Da. Wo ist das einfach rot? Einfach hier so. Ja. Das ist auch. Und das ist da hier auch rot. Hier kommt aber auch ein Müll zusammen, ne? Ähm. Ja. Bei dem Kram hier. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Ja, warum haben wir jetzt drei Kameras? Einfach aus der Sicht, dass ihr tatsächlich einmal von oben drauf und von der Seite drauf gucken sollt, was wir machen. Ähm. Oben, ober, ober, Seite. Finde ich eigentlich ganz gut. Und, ähm. Hat für euch aber auch den Vorteil, ihr seht jetzt nicht nur das, was ich hier von oben mache, sondern ihr seht auch nochmal das von der Seite, was habe ich hier so stehen und liegen. Ne? Für die ganzen Geschichten. So. Dann haben wir jetzt alles draußen. Nur 30, nur 30. Jetzt müssen wir hier erstmal zusammenbauen. Ne, wir müssen mal zusammenbauen. Aber ich will jetzt auch mal die nächste Seite sagen. 39. Hier. Vier Mal. Da, dann hol sie raus. Vier Mal. Mein Großer. Dann baut der Papa jetzt zusammen, okay? Dann muss ich rausholen. Ja, wieso? Das machen wir hier doch zusammen, oder nicht? Nein. Doch. Macht der Papa doch hier nicht alleine. Ähm, ja. Guck hin. Wenn du leer ist, da hinten hin, ne? So. Ähm, ja. Ja. Jetzt muss der Papa mal eben gucken, wie das hier gebaut wird. Ja. Ich habe nämlich keine Ahnung. Also, die 71 bekommt hier. Ja. Bitte. 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 Einmal so ein Paket. Also, und dann die 52. Alle rausholen. Mache ich. Ich suche. Warte, ich gebe es dir hier rüber. Das müsste, glaube ich, der hier sein. Da unten. Hol die mal alle raus. Weil, danach kommt gleich nur noch der Bahnhof. Ja. So. Dann müssen wir den. Also, der muss ja auf jeden Fall schon mal so. So, dann kommt der noch nach da. Und da kommt auch noch mal so ein Teil dran. Oh. Noch da. Oh, guck mal, da hat der Papa einen vergessen. Vorsichtig raus machen, ne? Denk dran. Er muss das als Gif nicht sterben werden. So. Ich will die auch mal, die nur mal raus. Mhm. Und da sind wir fertig. So. Alles auf dem Wort. So. Fertig. Meine Arbeit. Fertig mit meiner Arbeit. So. Das hätten wir dann auch. Jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, kommt das jetzt schon da oben drauf, oder? Nee. Nee. Ah, jetzt. Ah, du Scheibenpläster. Jetzt müssen wir. Da braucht ihr die. So. So. Ich hab die da so alte sammelt. Bitte. Danke schön. Jetzt müssen wir mal einen kurzen Moment bitte warten. Jetzt. So. Oh. So. Oh. Ja, das kriegen wir noch hin. Also das zusammen besetzen hier, kriegen wir noch hin. Und dann machen wir einen Cut. Und dann machen wir die nächste. Genau. Aber die kommen bis 21. Ja, wir gucken halt, wie weit wir immer kommen, ne? Ja. Ja. Dann machen wir 10. Weil das, ich muss dazu sagen, das Rausnehmen dieser Kleinigkeiten nimmt halt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Ja. Ja. Und dann machen wir bitte den Baum. Wir versuchen jetzt aber mal noch in diesem Moment hier alles abzuschließen. Ja. Ich denke, ich soll die Mütze Design ausholen, oder? So. Jetzt brauchen wir, ich brauche jetzt gerade mal kurz einen Moment, Luca. Da ist das so gut. So. So. Okay. So. Was ist das jetzt hier für kleine? Wie kommen die denn da jetzt dran? Nee. Ich hab das leider. Ja, die hast du auseinandergerissen. Hase. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich frühe mir das jetzt hier rein. Und im nächsten Step. Nee, das passt aber auch nicht. Du musst das auch unten machen. Du musst das auch unten machen, Papa. Ah, das ist der Übergang dann von der Tür zum, okay, so. Jetzt muss ich natürlich hier gucken, weil du das auseinandergenommen hast. Ja, ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja. Du hast das abgerissen. Ja. Du hast abgerissen. Ja. Und dann schauen wir mal, dass das jetzt hier reinpasst. Auf die nächste auf die nächste auf die nächste Seite. Nee. Kommt hier gar nicht. doch. Das kommt hier unten dran. Ja. Das muss hier noch unten dran gleich. Tschau. 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 Tschau.